Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo, ja heute nur ganz kurz, wirklich versprochen. Und zwar geht es heute um ein paar Kleinigkeiten zu meinem letzten Vlog. Ich habe euch gebeten oder gefragt, wie es bei euch so aussieht mit den Upload-Zeiten. Leider kam dabei nicht so viel heraus, wie ich mir gehofft hatte. Die einigen haben geschrieben, ist mir egal, die anderen haben geschrieben, zwischen Vormittag und Abends. Ja, das ist ein bisschen ein dehnbarer Begriff, aber ich habe mir natürlich die ein oder anderen extra Bemerkungen zu Herzen genommen. Und bin jetzt in das Ganze ein bisschen intensiver eingestiegen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal mein Kanalbild, mein uraltes Kanalbild geändert. Das werde ich vielleicht bei Zeiten auch nochmal ändern. Dann ist momentan nur einfach nur ich auf meinem Balkon, ja, noch nichts Besonderes. Aber es ist schon mal besser als das Alte. Und vor allem bin ich jetzt in die, nennen wir es mal, ja, wie soll man dazu sagen, zu den ganzen Facebook, Twitter und Google Plus bin ich jetzt dort eingestiegen. Ja, ihr seht es auf meiner Startseite, ich habe einmal hier die Möglichkeit, natürlich, Timolia ist auch an erster Stelle, ja. Dann schließe ich das Wichtigste. Aber danach geht es zu Google Plus, zu Twitter und zu Facebook. Da habe ich jetzt jeweils einen Kanal eröffnet oder ein Konto, ja. Außerdem findet ihr auch bei meinen Videos ab, also bei meinen neuen Videos ab sofort immer in der Infobeschreibung. Hier zum Beispiel, da habe ich es noch bei meinem alten Video ergänzt, ja, Timolia 1 auf Anfang. Wir können einfach mal kurz da reinschalten, machen wir das hier auf Stumm und lassen das dabei laufen. Und wenn wir jetzt in die Beschreibung schauen, dann seht ihr hier immer eine kleine Beschreibung, ja, einmal bla bla bla, Infos, wo geht es lang zu Facebook, Twitter und Google Plus. Ist hier nochmal aufgelinkt, dann eine kurze Beschreibung, was hier in dem Video so los ist. Das Ganze nochmal genauer, detaillierter aufgelistet, ein bisschen anderes, Krims, Krams, das alles findet ihr hier jetzt genau detailliert in der Videobeschreibung. Und ich sage mal, so viele Folgen lohnt sich, ja, ich habe jetzt hier mal kurz die Seiten geöffnet, ja. Google Plus ist jetzt eher so eine Seite, da poste ich zwar schon immer die ganzen Videos, ja, die ich hochlade jetzt ab sofort. Aber da kommen jetzt nicht so spezielle Sachen, ja, also das ist eher, ähm, hier nicht so der Fall. Genauso wie bei Facebook. Da kommen zwar auch, äh, die ganzen Videos, ja, die werden hier gepostet. Und ich nehme auch jeden, der mich als Freund adden will, gerne an. Wie gesagt, hier findet ihr meine Seite. Ihr könnt auch gerne einfach, äh, auf meinem Kanal, wie gesagt, draufklicken. Ich nehme mir jeden an. Diese, blablabla, alles gelesen markieren. Der kann mich mal, dieses Facebook-Teil. Ähm, aber hier kommen auch nicht so die exklusiven Sachen. Ihr seht nur, hier habe ich mal hin und wieder ein Bild hochgeladen, aber ansonsten das Video. Aber die, äh, meisten Sachen werden auf Twitter geschehen. Ihr seht zum Beispiel hier ein exklusives Bild. Das gibt es nur hier auf Twitter, ja. Ähm, solche Sachen sind halt Twitter-exklusiv. Die werde ich auch beibehalten. Also, am ehesten lohnt sich es noch, ähm, auf Twitter zu folgen, wie gesagt. Ähm, da werde ich relativ, äh, bei solchen Sachen, bei so kleinen exklusiven Sachen, ähm, eher dahinter sein. Ansonsten freue ich mich über jeden, der, äh, ja, der mir folgt. Und, ähm, der darf auch gerne bei Facebook, wie gesagt, mich adden. In diesem Sinne war es das auch schon wieder von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Hoden ist raus. Das nächste Video gibt's morgen. Tschaußen!